Hallo und willkommen wieder bei Minecraft Story Mode auf der Suche nach der ewigen Quelle. Ja, wir müssen einen Hebel finden. Kein Problem, hoffe ich. Erstmal reden wir mit Lucas. Dankeschön. Das ist nett. Dann schauen wir mal, was Petra noch sozusagen hat. Unser kleines Prinzesschen. Ja, genau. Ich bin nämlich auch froh, dass es mir gut geht. So was. So, was haben wir da? Ein Bücherregal mal wieder. Hm. Okay. Ja, es ist echt groß. Ein riesengroßes Garnix. Eivor, alte Säge. Ich mag Eivor irgendwie. Wie. Seit Neuestem. Wo ist das? Okay. Noch mal schnell mit Milo quatschen und dann setzen wir uns mal auf den Thron. Jetzt setzen wir uns jetzt mal drauf, aber scheinbar müssen wir den Baum fällen und uns selber in den Hebel bauen. Schätze ich. Jesse? Was machst du denn? Ha, sorry. Na was schon? König spielen. Weil es Spaß macht. Okay. Wie gesagt, wir werden wohl den Baum fällen müssen, habe ich so das ganz dumpfe Gefühl. Ah ja. Und da gibt es Kobbels und schon da ist die Crafting, der Crafting Table. Okay. Das sollte ja wohl sagen, was wir zu tun haben. Also, Baum abfällen bitte. Ja, aber wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz und wir können den nicht abbauen. Na gut, ganz so einfach wird es dann doch nicht. Aber da hinten gibt es schon mal Kobbel. Ups. Hallo. Läufst du mal in die richtige Richtung? Danke. Und den holen wir uns doch mal. Super. Ja, nehmen wir mit, ne? Das ist ingenious. Hm. Kann ich noch mal mitnehmen? Ne, brauchen wir also nicht. Gut, jetzt brauchen wir nur noch irgendwie Holz. Holz, 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 Holz. Einen holzigen Stick. Warte mal, ist das ein anderer Baum? Ja, aber können wir nicht nehmen. Bis? Hebelschlitz. Achso, der ist hier. Hm, okay. Ja, das ist mir schon klar. Bräuchte nur halt noch ein bisschen Holz. Beschlossener Durchgang. Wo kriege ich denn hier Holz her? Ja, in den Crafting Table ist... Das ist toll, aber ich brauche trotzdem Holz. Okay, den können wir definitiv nicht abholzen. Da hinten steht auch noch ein Baum. Gehen wir doch mal dorthin. Okay, hier kommen wir nicht raus. Schade. Hm. Hier wird es doch wohl irgendwo Holz geben. Okay, mit Petra kann ich nicht mehr reden. Aber mit Lukas konnte ich, glaube ich, noch mal reden. Nein. Wo ist dieser Holzstab versteckt? Ja gut, ich kann mir das Bücherregal noch mal angucken. Vielleicht kommt ja jetzt noch was anderes bei raus. Lauf, 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 lauf. Hm. Hat mir jetzt auch nicht so wirklich weitergeholfen. Ha. Was kann ich hier noch anklicken? Es wird ja wohl irgendwo ein Stück Holz geben. Ja. Das ist auch sehr hilfreich. Das wissen wir aber. Ja, ja. Ich habe aber keinen. Und ich habe auch kein Holz. Was ist denn das hier überhaupt für? Okay. Quasi ein Nichts. Hm. Wo kriegen wir jetzt Holz her? Da kann ich nicht mehr lang latschen. Was war denn in diesem toten Busch? Dann noch irgendwas? Okay. Ah, B. Schlagen. Sagt das doch gleich. So. Und schon haben wir nämlich einen Stick. Und jetzt machen wir uns ein Lever. Und dann gehen wir weiter. Yes. So ist es. Und das machen wir jetzt auch. Einmal bitte Lever bauen. Und jetzt machen wir das. Hm. Ähm. 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 Dort hin. Und. Ups. Den. Dort hin. Und schon haben wir einen Lever. Ah. Mein altes Freund, der Lever. Fantastisch. Ich wusste nicht, dass du siehst. Meine apologies. Es ist immer nur so ein Freude, dass jemand so confident und sicher in ihren Bildungsmöglichkeiten sehen. Du und dein Freund, Petra, haben mich und meine Leute sehr inspirierend gewesen. Mit deiner Hilfe können wir uns endlich von den Founders-Klutchen liberieren. Aber so böse kam die mir gar nicht vor. Ich glaube, die hat einen besonderen Grund. warum sie das halt zurückhält. Okay. Aber das werden wir herausfinden. Let's open the door. Endlich wieder mal eine kleine Lohrenfahrt. Yay. Okay. Einmal das Untergeschoss, bitte. Ja, ich kann hier nichts anderes machen. Also öffnen wir mal die Truhe. Tja, was wird wohl mit dem Spawn-Egg passieren, wenn man's wirft? Klatsch, da ist es. Ja, ich kann hier nicht warten. Ja, ich kann hier nicht warten. Die Ebersource haben alle creaturen in ihnen. Und sie sind alle unterschiedlich. Sie müssen, wie sie, wie sie sind, was in sie sind. So, die Ebersource macht diese Spawn-Egg-Things. Ach, Eivor. Äh, Schweine. Hier kann ich aber nichts anklicken. Ist okay. Nee, Ruben. Yay. Ist es? Nein. Boah, schade. Boah, schade. Boah, schade. Boah, das ist ziemlich witzig. Was? Die Ebersource. Es ist nur ein Schöne. So, die Ebersource. Die Ebersource. Die Ebersource. Und die Ebersource. Die Ebersource. Die Ebersource. Und die Ebersource. Dann schade ich es in der Minde-Karte. Und wir rauskommen. Wir sind noch nicht, oder? Die Ebersource. Die Ebersource. Ist das sicher, das eine gute Idee? Was? Was bist du? Wir müssen es den Menschen geben. Mit dem, wir endlich werden wir die Menschen. Aber das ist das Schöne. Das ist das, was wir für uns gekommen sind. Mäh. Eivort. Eivort. Gees, Lukas ist richtig. Wir können nicht nur holen, uh, kidnap... Chicken nap? Wir können nicht nur chicken nap die Ebersource. Es ist die einzige, die diese Menschen überleben. Was? Ich dachte, das war das ganze Ziel dieser Abenteuer. Ich wusste es. Ich wusste, dass du hier bist, um mich zu holen. Sind wir doch gar nicht. Ich wusste, dass du nicht so schnell bist. Sie sind hier, um die Ebersource zu holen. Das ist klassisch, die Stöhne. Du sagst nicht. Was? Nein. Nein, nicht glauben Sie. Oh, Aiden, will du schon wieder aufhören? Und ich glaube, die die Erkrankten verliebten? Aiden me verratete, dass du ein paar Thäden bist. Und hier bist du, bereit zu machen mit der Einstellung. Das war knapp. Äh... Das war knapp. Äh... Das war knapp. Wie sich das Schaf da festgehalten hat, ey. Oh. Naja, jetzt nicht mehr. Ähm... Ich rette die Gründerin. Äh... Danke. Danke. Ja, aber du schützt. Nein! Äh... Ich werde es von hier nehmen. 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 Was ist denn jetzt? Es ist wichtig, weil meine ganze Stadt zu verabschieden. Dank dir. Hm. Ich kann nicht entscheiden, ob ich unsere Todes für meine Worte bin, oder für deine Worte zu excruciatisch sein. Okay. Okay. Impossible. That's impossible. Jessie? There. Can we get to it in time? It's gonna be close. Äh... Nicht in die Lava. Schön ins Wasser. Ich bin echt... Also ich würde echt gerne wissen, ob wir da auch hätten oben bleiben können, ey. Und Lukas? Ah. Holy crap. Du bist hier auch? Lukas, du hast es geschafft. Ja. Ja. Nur ein bisschen schlimmer für mich. Ich muss sagen, Aiden ist schwerer, als ich erinnere mich. Ja, ich bin ziemlich gut. Lukas, ich bin wirklich sorry, dass ich dir nicht versuchte, dir zu helfen. Ich hatte nur ein paar Sekunden. Alles war so schnell. Nein. 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 Aiden war stärker, als ich erwartet. Es war gut für dich, versuchen zu retten, den Founder zu retten. Ah. Speaking of whom? Sie okay? Sie ist okay? Sie ist einfach... Sie schreitig. Ah. Ich frage. Founder? Frau Founder? Ich... Ich... Sie ist nicht in shock, oder so. Sie okay? Ich... 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 ... Ich... Ich... Ich schon. Aber ja, natürlich werde ich das. Na, das dürfte aber um eine Ecke werden. Oh, stellt euch mal das vor, ey, man müsste das jetzt echt machen. Uiuiui. Oh. Noch ein Tor? Äh. Stell dich nicht so an. Ja, aber ich mach das schon. Wie immer. Oh. In der Tat. Das wird eine ganze Ecke. Da werde ich dir aber mal schön bei helfen. Da geht doch noch was mit der. Ja, und auf geht's. Okay, Ladebildschirm. Und, ach du Scheiße. Okay. So ein Scheiß. Na, ich bin ja mal gespannt, wie wir da aus der Nummer wieder rauskommen. Aber sicher. Reginald. Na, die geht aber ab. Zack, zack. Und tschüss. Ö, Y. Es war verkehrt. Biest. Oh, knapp. Und, ich bin ja nicht mehr, dass ich das alles überhört. Ich muss nach dem Palast. Danke, mein Freund. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Und so wie das? Blädebräder! Bum. Hey. Bum. 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 Ich wusste noch. Ich wusste noch. Eibor ist eine coole Sau. Unsichtbar. Bum. 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 Okay, ich kann nur gerade ausgehen. Beziehungsweise nur in die Richtung, die er mir vorgibt. Und hinein. Sehr gut. Na jetzt aber schnell Neeee Der hat doch echt voll an am Helm der junge zack na ist doch kein problem wer hat sie denn kaputt gemacht ich und die tasten auf controller unglaublich schlecht regen blöd was naja okay showdown oder was weil naja wir sind bei 25 minuten das ist ja was ich bin heute mal ganz gemein den showdown den sehen wir beim nächsten mal ich bin so böse also bis dann ciao ciao